jo leute was geht ab herzlich kommen zu einem neuen video auf meinem kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen folge nach vier monaten farcry 2 jawoll leute es ist wieder so weit ich habe wieder bock auf das game ich habe mir wieder gedacht komm scheiß drauf starte ob er starte farcry 2 und nimm einfach auf und da sind wir 2 die story geht weiter ich habe ehrlich gesagt kein plan wo wir beim letzten mal aufhört haben ich kein plan mehr was beim letzten mal alles passiert ist was da abging was wir gemacht haben ich habe keine ahnung da hat das jetzt auch einfach schon vier monate her ist am 8 3 2024 haben die letzte folge farcry 2 und somit auch die fünfte folge von farcry 2 it's coming back diese folge wird heißen it continues it finally continues wahrscheinlich sogar eher und es ist eine kranke ungewöhnung weil ich jetzt auch noch auf einen anderen monitor zock ich habe mich gleichzeitig auch noch auf einem neuen monitor das game und es ist erstaunlich wie gut er es geschafft warte mal wir machen mal wir setzen mal kurz auf 30 runter damit ich hier kein problem und alles so und ich werde den sound hat sich noch ein bisschen leiser machen die musik werde ich mal ein bisschen wenn man die gesamtlosstärke alles ein bisschen leiser machen so weiter heute da sind wir wieder weg am start wie sieht's aus hey mann habt noch einen termin frei soll ich in der nähe bleiben nur für den fall naja bleibt mir in der nähe chef zu sehen egal sie sind der typ der alle leben zurückbringt oder nicht dieses ding mit ihm und flora verrückter hund hier bin ich auf die eier so danke bro werde ich wahrscheinlich hoch ja was ging denn hier am braun habe ich hier aufgehört ja was geht hier was das gerade eine ungewöhnung alter weiter zu riesig da waren habe ich nur sie ich glaube ich mache das hier auch noch ganz leise auf über obs so jungs seit wann habe ich nur gut sie nein stimmt 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 warte mal irgendwie ist das immer noch viel zu laut wird immer spielen der mausempfindlichkeit passt eigentlich anzeige so da habe ich er hat er stark dass er das hier nicht übernimmt er stark dass er das nicht übernimmt anzunehmen 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 ja egal das auch ähm sound mal noch leiser ich find es lustig das dass er den dingens nicht anzunehmen das hat er übernommen jetzt vielleicht noch die 30 fbs das stark natürlich mich nämlich schon ein bisschen das stand gerade irgendwo ich hoffe das ist jetzt ein bisschen leiser nicht mal ansatzweise selber noch ein bisschen leiser machen dann müsste ich muss halt jetzt so auf und auf sieben, minus siebzehn runtergehen das geht eigentlich voll wir haben keine pillen mehr digga das ist scheiße vor allem wartet mal ich muss ganz ich musste ganz kurz die steuerung angucken die bewegung brauche ich nicht angucken das weiß ich aber ich musste ganz kurz hier alles nochmal angucken äh ok integrieren e c äh äh waffen die nächsten die karte verwenden ist 5 ok das ist schon mal wichtig das muss ich mir merken ok selbst heilen h h granate nächste wurfwaffe schnell speichern schnell laden berufzeichen 8 den ziffern block 8 ok eigentlich ist nur so das meiste wichtig wobei er gut das bringt mir eigentlich gar nichts weil irgendwie kein ding ins scheinwehr ok ich kann mit g die scheinwehr für einmal anmachen digga das äh eigentlich auch nicht egal wir spielen einfach mal scheiß drauf wir spielen einfach scheiß drauf ach komm wir machen einfach weiter so also ich hab keine ahnung wo wir hier aufgehört haben was ist das für eine waffe aber das ist dieselbe die ich hab bro ja ne ich bleib bei der uzi bro wir fahren mit dem ding hier warte mal 5 äh R er war das D äh ich hab keinen plan wo ich hin muss ne muss ich überhaupt irgendwo hin egal komm wir fahren einfach war mal hier lang ich hab nämlich eigentlich kein plan wo ich hier bin oder wo ich hin muss also das ist schon mal sehr gut dass ich weiß wo ich hin muss ah lol ok das ist auch wir halten hier mal also stimmt Okay, wir haben die Mission jetzt angenommen, die ist aktualisiert. Ach nee, warte, 5. Ah, ah, so war das, okay. Okay, da oben ist die Waffenlieferung und ich bin da unten ganz, ach, Digga. Wäre ich ja easy 20 Jahre brauchen, bis ich... Boah. Okay, die brauchen... Boah. Oh, ho, 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 ho. Was haben wir hier Schönes? Bruder, gib mal die Pump, Digga. Bin ich ehrlich, Digga. Gib mal die Pump, Bro. Ich kann planen, warum ich den Benzinkanister mitgenommen habe. Aber ich rüste mich einfach mal hier aus, ne? So, süß, ganz kurz. Ach. Ach, ja, da war ja was, das muss ich ja kaufen. Haufe ich das Ding noch? Also hol ich mir das Ding. Warte mal, jetzt, was. Irgendwer was geschickt. Also das stark, Digga, wirklich. Und ich muss bald so ein bisschen auf die Klingel achten zwischen... Warte mal, ich schaue mal, ich schaue mal das selber nochmal direkt bei Amazon. Wurde nämlich gerade etwas geschickt, sollte ein Amazon-Paket kommt, und ich schaue jetzt mal ganz gut, äh, weil ich kann das da selber einsehen, auch. Ich da selber nochmal einen genaueren Überblick pro Farbe, ne? So, auf, äh, süß angelehnte Art. Aber wir machen, wir fangen gleich rüber. Kein Ding, wir fangen gleich rüber. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, Bro. Wir haben die Uzi und die Pump, Digga. Die Pump ist geil, Digga. Gefällt mir jetzt schon. Dann, ich gebe ihm böse, Digga. Ah, ich gebe ihm. Ah! Ah, shit, Bro. Wir waren zu dritt, oder nicht? Wann nicht zu... Owl. Hä? Wann nicht zu dritt, Digga? Ja, wahrscheinlich, Bro. Ja, wahrscheinlich, Bro. Ja, zum Glück weiß ich noch, wie das ist mit den Autos, dass ich die reparieren muss. Zum Glück weiß ich das noch. Ah, ja, Jungs, Jungs, bitte. Lachst mich doch jetzt nicht. Ja, ich bin komplett Aim auf Fortnite gerade angelinkt gewesen, Digga. Ist ja nicht mehr normal, Alter. Aim war gerade weg, Alter. Maul, Leute. Boah, Digga, finde ich hier irgendwo viel. Das ist jetzt gerade so meine, 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 meine Sache, ne? Finde ich hier heel, oder sowas. Munition, ja, Munition nehme ich mit. Da. Ja, nee, das... Ah, warte mal, das Problem ist, ich brauche hier diese Tabletten, da. Egal, komm, wir fahren weiter. Immer noch eine Mission gerade. Bro, ich will nix von euch und ihr nix von mir, tamam? Danke, Jungs. Fahr einfach weiter. Ah, Ipe. Ich fahr doch nicht weiter. Haha, ich nehm die Karriere, aber safe. Haul. Haul. Immer muss man, immer auf Nummer sicher gehen. Oh, guälder. Oh, guälder. Oh, guälder. Yo, Jungs, stand durch. Mensch, stand durch. Sorry, Leute. Aber ey, ganz illig. Prost rein. Ey, Digga, das triggert mich gerade, ne? Das triggert mich gerade voll. Egal, komm, wir fahren mit dem Ding. Eigentlich dumm, dass ich mit so ner fetten Karriere war. Aber das ist mir egal. Aua. Warte mal, ich fahr komplett falsch, Bro. Yo, Jungs. Spannt euch, entspannt euch. Warte mal, vielleicht wird so ner Karriere dann cleverer, eigentlich. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, ne Spass. Oh, die nehm ich sehr gerne. Und euern Jeep nehm ich auch. Es hat echt nen Jeep, Digga. Oh. Okay. Sagen. Ich muss irgendwie da hoch. Aber wie komm ich da hoch? Am besten. Ja, okay. Easy. Easy, easy, easy. Komm, komm, komm. Jungs, ich will nix von euch. Ihr wollt nix von mir. Aber wo, die wollen so fett was von mir. Au. Die verfolgen mich aber nicht. Das ist gut. Es ist gut, dass sie mich nicht verfolgen. Und jetzt, wenn ich hab nen Spaß, Digga. Ich rotz die einfach weg, Digga. Ist mir so egal. Oh. Oh, 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 oh. Es geht rein, es geht rein. Also ich brauch echt bald wieder diese Tabletten. Sonst, äh, wird's jetzt nicht gut aus für mich, sag ich jetzt mal. Sonst hab ich dezente Problems, Alter. Weil ich hab keinen Bock, dass ich da, ohne dass ich halt diese kacken Tabletten hab, ich hab keinen Bock daran zu verrecken und dann, dass das Spiel beendet ist, Digga. Weil ich hab keinen Bock, das Game nochmal von vorne zu tocken. Ich hab keinen Bock drauf. Ja, Digga, ich fahre jetzt mal ein Baum, Alter. Crazy. Alter, ich war von so'n kacken Schuss. Malen, Alter, ich war von so'n kacken Schuss. Geht gut, kommen wir halt bei mir drüben. und wirst du die nicht hallo er wirft die granate nicht ich muss jetzt einfach groß die fahren die ganze zeit da hinten rum ich muss mich eigentlich ganz kurz zielen alter ich bin nämlich fast rot wir berühren kurz die karre dann fahren wir endlich rüber und dann nehmen wir diesen dings endlich hops alter dann fahr ich speichern und dann beenden wir die folge weil ab jetzt werde ich das nur noch so machen dass ich wirklich nur noch eine mission pro folge mach und die folgen nicht mehr so lange sind letzte folge ging knapp ging eine stunde ich habe ehrlich gesagt keine lust so lange aufzunehmen klar es macht spaß und so ja aber das ding ist wer guckt er guckt sich sowas an auch noch mal noch mal noch mal noch mal ein hier noch irgendwie ein bisschen schiele so haben wir machen jetzt die mission speichern weil ich kann hier irgendwo speichern habe ich gerade gesehen sehe ich gerade hier auf der map als ihr das sehen könnt ist da hinten keine speichern gleich bevor ich da jetzt sind war lasst mich wieder lang fahren fahren die da rum die fahren da rum das heißt sie kommen hier sogar her sehr schön ah bro ach hätte ich nicht gedacht wenn ich jetzt an so eine e-landing schreit oh die utzi macht spaß ah gut ja 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 ich das darf sich die an also ich mit der rad und ich erfend der die uns vor Ort er in wohlfällt dort hinten er um er doch an oder zu werden 8 kuhl der da ich tritt die ganze zeit gehe als Oh mein Gott, da geht er. Okay. 5 Ich bin jetzt hier. Bro, skis. Bro, sag me. Why so mad, brother? Why so mad, bruh? Tell me, brother. I, ah, na, na. Wuh! Maul. Oh, na. Gut, sehr schön. Wir haben die Mission abgeschlossen. Schau mal ganz kurz. Äh, Parler ist rot markiert, sehe ich gerade. Parler ist rot markiert, aber warum? Egal, komm, ich reparier kurz meine Karre. Und dann fahren wir zurück zu dem Waffenhändler. Und dann speichern wir da und dann machen wir da das nächste Mal weiter. Ähm. Ich schau noch mal ganz kurz, wo ich dafür hin muss. Da unten muss ich schon, okay. So, ich will mal am besten die Karte ran. Weil sie auch instant wie ich fahren muss. Let's go, fahren wir nach Hause, würde ich sagen. Jaaaaaaah. Heftig. Da war's gut richtig, da war's gut richtig. Egal, scheiße, scheiße. Kein Bock auf Beef jetzt. Ey, Digga, die wollen Beef. Nein. Reicht, reicht. Nervt mal nicht, Jungs. Nervt mal nicht, ehrlich, Jungs. Okay, scheiße. Naja, scheiße, wir haben keine Pläne, aber ich hab eigentlich gehofft, dass er jetzt die Spitzen auspackt. Nehmen wir lieber die Pumpe in die Hand, Digga. Yo, yo, ey, 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 entspann dich, entspann dich, hallo, 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 hallo. Entspann dich, entspann dich, entspann dich. Ey, verreck jetzt nicht, verreck jetzt nicht. Nein, 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 ey, 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 ey. Ey. Bitte. Bitte. Na, Digga, das ist crazy jetzt, wenn ich jetzt verreckt bin, Alter. Das wär crazy jetzt. Bruder, Reisepass einfach. Okay, danke, ich küsse dein Herz. Äh, komm ich hier raus. Ah, ja. Gut, das machen wir jetzt auch fertig. Und dann würde ich sagen, saveen wir. Ich brauche halt jetzt erstmal eine Karre, ne? Da hinten ist noch... Hier sind alle... Gut, komm, das machen wir noch. Wir holen uns jetzt hier Medikamente, weil... Egal, ich kann hier nicht verrecken, Alter, das geht nicht. Weil ehrlich gesagt, ich hab kein Bock hier irgendwann mitten in... Mitten im Game einfach irgendwann einfach den Geist aufzugeben. Im Charakter, ja, da hab ich gar kein Bock drauf. Ach, Digga, die Pump kann ich so... Ach. 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 Dass ich jetzt nicht in die Sköne, Alter... Nee. Ach. 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 egal das gebäude gucken uns irgendwann mal anders wenn wir uns in der nächsten folge angucken ja 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 so viel zufällig rumliegen die ich euch einfach mal so mir nicht die nichts einstecken kann so nicht angenehm an der weise und ernsthaft ich muss im schlachthaus vorbei ich wisse ich weiß nicht ob ich noch daran erinnern können aber im schlachthaus habe ich so auf die fresse bekommen ich fahr außen rum im schlachthaus im schlachthaus oh nein, brö, oh hannah Naah! Oh, das war die Pamp, Bro. ok Dicke, Toki das ist einfach Iron Man Dicke und jetzt bist du du Busch Camper nah Bro jetzt erzähl mir nicht dass meine Dingens kaputt gegangen ist ey nein Bruder meine Pump ist einfach im Arsch alter ey das tat alter das tat natürlich nicht ey einfach meine Spass ist im Arsch Dicke ja natürlich kleiner Pissast alter Junge das ist schon wieder nicht normal hier so guck mal sie hin ey Dicke das ist so dumm dass ich außen rum gefahren bin egal egal so sehen wir immerhin mal was von der Web was ich vielleicht noch nicht gesehen habe seitdem ich das Game zock war ja eigentlich voll gelogen weil hier bin ich vorher noch mal gefahren ja hier stehen wieder welche ja anders ey was mach ich egal das hat sich schon mit kurz ein anderes Auto hier ey ballert mit Sniper gefühlt auf mich gottlose das ist natürlich jetzt kacke ah ne hier steht noch ein Auto alles gut das ist das ist die das ist Aber warum? Ach, Jogs! hier steht wieder auf soll das jungs nicht wieder aufstehen unfair wollen wir das nicht abgemacht ich überlege hat einfach mit der fette hier zu fahren ja sogar vielleicht ein bisschen cleverer oh Oh, nein, Mann. 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 Egal Leute, das war's mit dieser Episode Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne ein Like und ein Abo da Ey, die Sonne, was warst mir Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles der Link Wir machen einfach in der nächsten Folge irgendeine andere Mission dann dafür Ich hab jetzt leider verkackt Weil ich verreckt bin Aber egal, das soll uns nicht weiter auffallen Dieses Spiel weiter durchzuspielen Wir werden es noch durchspielen Wann? Keine Ahnung, irgendwann Irgendwann haben wir es durch Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles der Link Und haut rein, bis zum nächsten Mal Bis dann, tschüssi 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 Vielen Dank.